Willkommen zu einer neuen Folge von MovieStarPlanet. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, dieses Mal wird es eine etwas andere Folge werden, denn ich hatte euch ja letzte Woche versprochen, eine Gewinnspielfolge zu machen. Ich möchte euch ja als kleines Dankeschön für eure Treue als Abonnent und auch, weil ihr immer so lieb zu mir seid und mir so viele Dinge schenkt und überhaupt, möchte ich euch einfach mal Danke sagen. Und deswegen möchte ich gerne eine Woche VIP verlosen. Oder fragt gerade Anna, ob die Aufnahme schon losgeht. Ja, die Aufnahme läuft schon. Schreibe ich ihr später zurück. Ja, also eine Woche VIP gibt es bei mir zu gewinnen. Die Regeln sind eigentlich ganz einfach, also ihr müsst da nicht wirklich viel für tun. Also der erste Schritt ist, like dieses Video. Das zweite, der zweite Schritt ist, kommentiert bei diesem Video, damit ich auch weiß, welchen Namen ich dann in den Lostop werfen muss. Und Schritt 3, ihr müsst ein Abonnent von meinem Kanal sein. Wenn ihr das ohnehin schon seid, müsst ihr den dritten Schritt nicht machen. Nur falls jetzt neue Zuschauer durch ein Video hinzukommen, bitte auch abonnieren. Diese drei Punkte müsst ihr beachten. Und ja, dann seid ihr beim Gewinnspiel dabei. Ich werde das Gewinnspiel genau eine Woche lassen. Also Donnerstag in einer Woche, sagt Anna auch Hallo YouTube. Ja, Donnerstag in einer Woche werde ich dann den Gewinner auslosen. Das Gewinnspiel ist das allererste Gewinnspiel überhaupt auf meinem Kanal. Aber je nachdem, wie gut das bei euch ankommt, könnte ich mir durchaus vorstellen, häufiger mal Verlosungen zu machen über VIP-Mitgliedschaften. Allerdings jetzt nicht jede Woche oder jeden Monat, sondern dann eher immer, wenn ich so Meilensteine in der Abonnentenzahl bei meinem Kanal erreicht habe. Ja, das war es eigentlich auch schon. Es ist ein etwas kürzeres Video jetzt. Also, wenn ihr dabei sein wollt, die Regeln kennt ihr jetzt. Ich wünsche euch natürlich allen ganz, ganz viel Glück. Und ich denke, ich werde in der nächsten Woche auf jeden Fall noch eine normale Folge MSP aufnehmen, wo ich dann auch meine Geschenke zeige und die neuen Looks. Und ja, vielleicht schauen wir uns dann auch an. Das Halloween-Event können wir uns dann mal ansehen. Ja, müssen wir dann mal schauen. Aber diese Folge erstmal nur das Gewinnspiel. Okay, ihr Lieben. Wie gesagt, ich wünsche euch ganz viel Glück und noch eine schöne Woche. Und macht's gut. Vielleicht untertitelt. Also, das stimmt. Bis dann.